hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mine survive zusammen mit dem leon es ist tiefste nacht und wir klatschen gerade nen draught und ich weiß gerade aus das in die karotten auf ich du lieb alter sind hier viele mobs ziel ist es zu unserem haus zurückzukommen und dabei zu überleben ich habe in der letzten folge die beim leon war habe ich quasi hier oh mein gott krieger und spinnen oh mein gott du willst nicht wissen was mich verfolgt ich komme zu der roger oh mein oh mein ja okay dass man kann mir kann man ein creeper hinter dir man muss hier den berg hoch gehen wir gehen pennen ja ich werfe hier das ganze zeug noch ein denn wir haben fisch gesammelt jede menge und kelp und wir haben sie kras gefahren ich habe alles in den ofen geklatscht ja sehe ich tatsächlich auch so auf geht's neuer tag ich habe nicht mit dem knochen geschlagen weißt du komm mal her ich bin mir auf mein gang ich bin mir auf mein gang ich bin von roadrunner oh jetzt kommt er jetzt kommen die skits nein falsche hotkey bist du scheiße falsche hotkey alter schade aber auch warte jetzt komme ich runter ich bin oben ich will doch die wolle färben ironie ich habe dich gerade mit boatwheel geschlagen ich habe dich mit einer angegangelt und danach geschlagen gegeben fahr mal mach nichts falsches mein freund was wird das wenn es fertig ist entschuldige mich nicht also eigentlich geht es so hoffentlich hat er richtig reingefehlt ja deswegen bin ich ohne schade nach runter gekommen schade ja was werden wir heute in der folge machen ich weiß es selber nicht wir werden für weihnachten vorbereiten ja es klingt weird ja es ist so äh kurze frage was braucht man für kerzen ich weiß es nicht besser ist es auch äh honig bienen ja ich glaube auch so für waben oder sowas denke ich jetzt mal tschuldigung ich kann hier einfach alles aufräumen nenn unsere kiste einfach kiste die kiste wow so ah ne axt wollte ich mir noch machen naja genau ich brauche gerade ne axt weil ich wollte erstmal weiter und komplett spielen da gibts nur eins ja ich brauche auch nicht mehr als eins na dann nenn mich den pferdeflüsterer oder den schafflüsterer jetzt eben enderman moin hm enderman 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 ja auch viel spaß damit ich brauche ich brauche blöcke jo ich bauch ich bauch ich bauch ich bauch hier sind ganz viele tote schäfchen nein aber ich hab vorne hey warte mal ich bin zu wahr das jetzt ich hab hier da drüben kreis creeper joks kreis wie lange wird er noch getriggert mit ah endlich äh kannst du ein paar zäune machen dann hast du was zu tun du ein paar schäfchen schonmal ich klatsch gerade nen enderman ja das ist mir grad relativ egal wenn ich sag du holst jetzt ein paar zäune dann gibst du ein paar zäune ja und wir haben ne ender pearl easy ich hab mal das eine grabmissbrauch zum enderman klatschen ich soll zäune machen hast du gesagt ja aber ich will jetzt gleich ich hab schon zwei schäfchen dabei bringen die gerade über den fluss drüber dann können wir die da direkt einsperren dann machen wir das doch mal falls ihr noch ja put 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 ihr kleinen viecher ja wir haben noch ich kann euch töten wenn ihr unartig seid dann muss ich leider das später nachgerechtigkeit reden lassen deswegen haltet euch einfach ein jojo steak und dann ist alles gut frage wie viele zäune brauchen wir weiss nicht brauchen wir ein zauntor ja das ist die weihnachtskiste ach ihr seller mehr kommt doch mit aber da haben wir noch holz wir brauchen definitiv holz ja gut das ist ja nicht so schwer das ist ja direkt hinter uns wir müssen sich nur die basis wiederfinden und voller rückwärts laufen und oh god wie macht man ein tor so glaube ich ne andersrum ja genau ja ich hab's perfekt wo soll das ganze hin äh sieht ja ein geiles spot aus ich bin grad geschaffen wir können es doch direkt die ober drauf machen ja genau ja ha ich verarsch den kriegt gar nichts ey hier sind wir du bleibst schön hier drin hallo land kommst du sofort herein es wird dünner aus dir ihr seid jetzt unsere sklaven hallo ach ihr wurde verarscht hallo ich hab euch heute heute berühlt aus schwestern oder Cousins ich brauch wieder meine ganzen Spitzhackmuck und so ach ich komm immer noch nicht drauf klar dass ich meine hotkeys geändert hab ich hab halt jetzt auf meine maus auf meine beiden hotkeys einmal hier hinten den letzten nämlich den water bucket und das schwert auf dem ersten das ich halt direkt bei einer watermelmg mal ganz schnell über eine mouse hotkey drauf kommen ach da ist mein zack jetzt schneide ich mir einmal hier drei eisen zwei sticks ha abgezogen ich brauch noch ne axt wir haben bestimmt ja wir haben eisen du bist der metalljunge mein freund aquire hardware und dann machen wir nen kleinen holzweg dann sind wir nämlich schneller wieder hier als jojojojo sagen kann jojo so so ihr zwei opfer wie geht's euch da drin scheiße ich weiß zuerst so sein kein luxushotel fuck oh das wird jetzt kritisch kritisch? musst du critten? was passiert mit dem wasser? ganz creepy ich pflanz mal bäume du wusstest immer dass jojo einer von den umweltschützern ist wow wie atomenergie ist geil ne es ist wirklich ne grüne methode einfach um massig strom zu produzieren ja wir haben halt scheiß abfall aber gut juckt doch keinen das endlager soll ja nur bei uns in bayern gebaut werden Greenpeace-Energie. Nein, es wird schon wieder Nacht. Wie das denn? Enten ist ein Sumpf. Eventuell klatschen wir dann mal demnächst Slimes. Nur, da kannst du dezent gut sterben dabei. Bist du eigentlich voll Iron? Ja. Sehr gut. Einmal Holz. Wobei, ich lass das mir den Viechern holen. Die holen wir dann am nächsten Tag. Ich sammle gerade Holz, weil wir fast kein Holz mehr haben. Zwei Eier. Ich hab zwei Eier übergehalten. Welcher Mann kann das überhaupt nicht? Das ist so lustig. Soll ich mir random auch immer diese Sätze kommen? Ja, und ich musste mich gerade dezent zusammenreißen. Ganz dezent. Richtig. Ein Moment. Ich hab Raw Iron. Was sagst du? Raw Iron. Danke. Ich platzere ein paar neue Bäume. Mein Name ist Kleta Thunberg. Yalla. Okay. Ich bin für Massenabrodung der Natur. Ja, deswegen baue ich gerade Kohle ab. Und ich bin im Wald. Ich hab auch mal Bock, einfach irgendwo ein Stück Wald einfach anzuzünden. Wenn wir irgendwie mal weiter in der Projekt sind, einfach ein scheiß Stück Kohle anzünden. Äh, Kohle sag ich schon. Ja, guck ich zu den Kohle an. Einfach Wald anzünden. Oh, ich hätte so Bock drauf. Ich auch. Irgendwie. Weiß nicht warum. Hm, Feuer machen. Ja, richtig. Ich wie ein Andertaler. Geil, Feuer. Wuhu, wuhu. Wui. Lando, kommst jetzt runter. Wundenswelt. Ich schlag dich gleich mit dem Stock, wenn es jetzt so weiter geht. Waterbucket Challenge. Es ist viel geiler mit dem Becken. Es ist viel geiler so. Ich wollte mich eigentlich voll in deinen Weg stellen. Einfach nur, dass du stirbst. Hat nicht funktioniert. Schade. Sieht doch geil aus, oder? Ja, und verhungern. Geil. Haben wir genügend. Edeltag ist rum. Weizen. Die dürfen gewisse Dinge machen. So gewisse FSK18 Dinge. Äh, Lul? Das Ding hätten drauf, Gunter. Lul? Hast du Weizen? Naja, nee, nicht ganz so. Ja, oder nein? Nein. Ja, Salamis, kommt mal her. Ich hab euch ein bisschen neues Gehege gemacht. Eure ganzen Cousins und Cousinen. Und eure ganzen Innsuchtkinder. Ähm. Das ist ja die Wahrheit, also. Anlügen will ich die Tiere jetzt auch nicht so. Was geil mal wäre, wäre Melonen. Ich will es wohl. Würde ich auch absolut fühlen. Kripet, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Macht Liebe. Die Piraten und die Böse breiten zwei Tiere zusammen. Also, bei mir heißt das, die Hühnchen und die Blümchen. So, ich hol jetzt noch ein paar Cousins und Cousinen von denen. Jawohl. Gönn dir. Aber ich möchte die Folgen relativ kurz halten. Und meine Codierung hat gerade auch absolut Bock. Deswegen, was ist auch mit der Folge. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Leon. Ähm, by the way, ihr seht jetzt oben rechts, das i, ähm, ganz oben rechts kommt jetzt die Playlist. Ähm, da werden alle Folgen von uns beiden drin sein. Und das sollten eigentlich auch nur die Folgen sein, ne? Ja. Ja, du hast da noch ein bisschen an den Kram reingeworfen. F***. Schaf ist ausgebüxt. Junge, mach doch das scheiß Tor zu, Alter. Und du hast jetzt auf, hier rumzuspringen, Gesserwimmel. Komm, kids, mal her, was ist mit euch? Alter, ist ja hier anstrengend. Ah! Das war ein Creeper wahrscheinlich. Nein. Also, dem Schrei nach zu urteilen, der hätte ich in Hunde darauf gesetzt, dass das ein Creeper war. Nee, das Schaf ist wieder aus dem Zorn raus. Jürgen, was bist du eigentlich für ein schlechter Hirte? Ich kümm mich jetzt, nein, ich ertränke mich nicht. Ähm, ja, wie gesagt, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut natürlich in den nächsten Videos oder im nächsten Video bei Leon vorbei. Schaut vor allem bei Leon auf dem Kanal vorbei. Wir sind übrigens gerade live auf Twitch. Schaut da auch gerne mal vorbei. Äh, die Links sind jeweils unten in der Videobeschreibung. Und, ja, sag ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Servus. Ciao. Musik Musik